Jetzt, äh, jetzt, äh, es ist soweit. Kommen wir hier noch mehr ins Licht zu führen? Fangen wir immer noch zu zeigen, wenn wir mit meinem Mann zu finden. So, meine Damen und Herren, wir die Ammo-Fans, wir sagen Salli miteinander und Grüezi miteinander. Wir begrüssen euch recht herzlich zum heutigen ersten Hammer Night Fever live. Also, das heisst, nicht einfach nur mit DJ und so, sondern DJ und mit einer Gruppe, die dann zum Hammer gespielt hat. Ich begrüsse Sie recht herzlich im Namen des Organisators, Jay Dieticke von Bromusic.ch, recht herzlich willkommen, wo der Event schlussendlich jetzt verwirklicht hat. Und ich kann Ihnen noch mal sagen, es ist soweit, wir fangen an. An der Gitarre und Gesang Peter Glanzmann. An der Gitarre und Gesang Peter Glanzmann am Schlagzeug Drums, an den bestens bekannt unter dem Tüden, Richtung Namen Kurt Dörst. An der Gitarre und Gesang Peter Glanzmann am Schlagzeug Drums. Dann ein von euch rechts aussen. Haben wir noch ein bisschen Licht? Okay. Am Pass. Der Freddy Mangili. Und ohne ihn geht es nicht. Aber nicht mit der Gruppe. Ohne ihn geht es nicht. Damen und Herren, kräftigen Applaus. Toni Veskuli. Ich zahme Los Santos. Und es ist gut. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Okay, danke. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018